hallo willkommen in diesem video heute also jetzt noch mal ein video wahrscheinlich wenn ich denke es wird nach diesem video was ich gerade hochgeladen hatte noch ein video ein video gehe ich hochladen das ist halt dieses ja und noch mal dragonstars ja diesmal ist es wie geht das in der baseform aber es ist auch super und super sergeant song gohan seine baseform habe ich auch aber davon kommt noch das unboxing danach nach dieses video hier seht ihr das bros kopf mit drinnen aus set und da ist halt der körper und die halskette von broly ja ja wie tatsächlich ist fast durch noch das andere bein wie schon gesagt ist zwei base trunks drinnen auch super und der konnte erst nächste woche also ja freut euch auf jeden fall das ist dann auch so gesehen wenn der base trunks dann da ist sind es dann so gesehen zwei figuren wieder mal weil broly und trunks halt machen zuerst so ein gohan auf also bis gleich so ich habe ihn ausgepackt zuerst zwei austauschbaren hände für gohan ja also zwei offene hände das amulett also die halskette über das amulett oder christian oder was immer das ist von broly aus set und sein körper selbst ist auch noch mit drinnen ja seht ihr das das kann man könnte mal sehen wie eine figur als ohne die teile aussehen tut diese man als er war bauen kennt ihr bestimmt halt so es gibt auch andere figuren sowie von marl dc da kannst du auch wenn du halt alle hast aus der welle zusammenbauen und hier haben wir zum gohan super seyajin ja hier haben wir ihn die haare glänzen diesmal finde ich ich finde es immer geil wenn die haare so glänzen oder so transparent sind so leicht das geilste sind immer halt wenn die haare transparent und glänzend sind das ist richtig geil immer es ist schon der erwachsene gohan wo schon hat seine tochter hat vermute ich mal aber ich denke mal ja ja das ist schon gohan stehen wir hin und hier haben wir ein super seyajin son gohan da soll gohan ich meine grund ist ganz cool und so ja aber ich habe mir das nur geholt wegen broly so deswegen ja das natürlich anders natürlich gibt auch leute die feiern richtig hart ich mag gohan auch natürlich aber ich mag halt den jüngeren gohan ein bisschen mehr und der ultimate grund ist auch geil also ein super seyajin ich weiß nicht passt irgendwie nicht so zu ihm aber hey super seyajin gohan habe ich noch nicht gehabt und ist halt auch ganz cool natürlich natürlich sieht er geil aus ja ich bin aber generell nicht so eine krasse gohan fan so ja das ist schon gohan ist trotzdem ganz cool eigentlich mag ich eigentlich mag ich ihn gerne eigentlich mag ich ihn ihn gerne eigentlich mag ich alle demo charaktere fast es ist halt gokus sohn halt ne und soja machen wir weiter mit vegeta also bis gleich so als erstes was war drinnen die linke und die rechte austauschbare hand sind natürlich wieder mal offen sind nicht in hautfarbig sind in auch nicht kommenden fein sind so leicht gräulich soja aber vegeta wissen wir hat trägt immer handschuhe dann haben wir hier noch super seyajin broly seinen kopf ja der glitzert halt ne die haare und einmal natürlich nicht zu vergessen vegeta ich dachte immer das wäre so beige oder gelb so aber jetzt wissen wir es ist gold sein wiss siegel damit sieht man so dass es eigentlich auch super oder es ist halt aus den zwei aus den einen golden freezer film ich denke mal das sollte schon aus super darstellen von deswegen ja stellen wir ihn mal auf und hier haben wir halt wie er jetzt steht ich habe einfach jetzt so gemacht weil so gefiel mir das irgendwie auf jeden fall ich mag vegeta auf jeden fall von mir aus selber das meinte man nach mehr als zungoku weil ja zungoku ist auch cool ich mag ihn auch aber ich mag vegeta halt einfach mehr irgendwie weil er war immer böse wie wir es alle wissen und wurde halt immer einer von den mehreren von den guten halt das war halt der gegner von zungoku also der bösewicht halt dann wurden sie rivalen dann wurden sie halt freunde ja ich mag halt vegeta gerne soja hier haben wir ihn ich kann leider noch nicht vergleichen weil ich halt noch keine anderen vegeta habe soja hier haben wir ihn auf jeden fall vegeta ihr seht auch er ist etwas generell so schlanker und dünner so er ist nicht so richtig krass aufgepumpt eigentlich sind alle nicht so richtig krass aufgepumpt ne sie haben alle muskeln ja aber sind jetzt nicht so eine richtige baki monster oder so nix gegen baki baki ist natürlich auch ganz okay aber ja hier sehen wir die den super das ist der base vom vegeta und jetzt bauen wir den bro mal ein bisschen zusammen aber gibt halt noch keine richtige review zu ihnen und ich baue ihn halt schon mal zusammen der hals soja bis gleich machen wir erstmal das rechte bein ran so und wie von zapperei haben wir schon das rechte bein ran gemacht machen wir jetzt den rechten arm auch noch gleich ran so und wie von zapperei haben wir jetzt den rechten arm auch ran gemacht da war es ziemlich schwer ran zu machen aber ich habe ihn ran gekriegt jetzt kommen wir zum lenken arm und jetzt ist auch der linke arm dran und ihr wisst ja gar nicht wie schwer es gerade war den linken verfickten arm daran zu kriegen gefühlt eine halbe stunde habe ich den versuch dran zu machen weil das ist 20 minuten glaube ich aber es ist so unglaublich wärmer manchmal habe ich auch gemacht man muss man so ein bisschen heißen fasst dran machen damit es leichter hingeht habe ich gemacht hat nicht funktioniert ich musste so eine kraft anwenden also wenn ich bin wirklich gerade echt voll geschwitzt gerade echt ne wegen den einfach ficken linken arm der rechte arm war schon schwer der linke arm war doppelt so schwer oh junger alter also ihr wisst wenn euch diese figur kauft nehmt euch dann ein bisschen erwachsen oder einer der sehr gute kraft hat weil es ist wirklich verficken nochmal schwer man muss darauf passen dass man es nicht kaputt macht ne Gott sei dank ist der beruf nicht gehen die gar nicht kaputt weil die sind richtig haben echt krass material es ist Gott sei dank nichts kaputt gegangen aber ich habe es angekriegt durch verzweiflung alter jetzt kommt die kette noch mit dran die kann ich dann so ran machen schon mal und jetzt kommt der kopf also bis gleich so der kopf ist jetzt dran wie schon gesagt das linkebein kommt erst nächste woche also mit trunks und dann haben wir auch die figur durch dann haben wir auch Brody's Set ja Review kommt nächstes mal natürlich zu ihm bei ihm so ja ei 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 das reicht äh und darauf machen wir erstmal noch so ein Gordon der Bassform auf einfach weil ich grad es einfach nur noch fertig haben will hier haben wir ihn und da seht ihr Kale's also Kale ihr Bein das linke Bein und nein ich versuche das sicherlich nicht an Brody anzumachen ähm ja was ich für lustig finde er hat da seine Locke oder was ist da immer da ist seine Strähne genau da ist sie rechts herum da ist sie links herum und da hat er gar keine das ist die Haare die er hat er hat hinten auf das Bild das sind einfach die Superside und Haare nur in schwarz ja was auch immer hier haben wir auf jeden Fall Gohan in der Bassform ähm ne es ist Mystic Gohan ja genau Mystic Gohan und ich scale ihr Bein halt mit drinnen also bis gleich so hier haben wir die rechte und linke Hand halt als austauschbare Hände die sind natürlich auch offen was mir grad auffällt ja das sind genau die Seren wie vom Superside ist ja auch klar so dann haben wir das linke Bein von Kale ich hoffe wenn ich den Teil auch noch hin bekomme dass sie einfacher ist zu bauen dass sie nicht so schwer übertrieben schwer ist wie Broly bitte nicht komm können wir kurz mal gerne mal vergleichen mit Broly Setz sein Bein ja ihr ist halt erstmal hat das in Hosen erhalten sie halt nicht und das ist generell ich denke ich ein Stück ja ganz bisschen größer ein bisschen länger ein bisschen breiter aber sonst ist das genau gleich die Hose ist halt ziemlich groß seht ihr halt guckt immer an euch wie viel größer das einfach mal ist jetzt ist es komplett ausgestreckt ja es ist für die viel größer gut ein Stückchen größer ja ich hoffe einfach dass ihre Arme nicht so schön das Bein und der Kopf der Kopf ging ziemlich einfach genau wie das Bein der rechte Arme ging noch so aber der linke boah der war hardcore halt so und dann haben wir hier halt noch Mystic Gohan also so gesehen halt ja ich weiß nicht Base Form wie man es nennt also er hat halt keine Super Saiyan Form oder so das ist halt Mystic halt mit seiner weißen Aura sieht auch geil aus finde ich den Gohan mag ich zum Beispiel viel lieber als Super Saiyan ja ich stehe mal kurz auf und hier sehen wir ihn Mystic Gohan der gefällt mir um einiges besser könnte machen trotzdem natürlich als Vergleichung machen wir den Super Saiyan dazu der Teenager davon kann man natürlich auch sich noch kaufen auch bei MyToys hier seht ihr die beiden da hat er seinen Mund offen ähm und hier halt nicht hm ja wie ihr seht ähm klicke ich mal wieder hin dann sieht die Fläche besser die sind eigentlich ein und die selben Figuren fast wie bei Gugu Black halt nur andere Gesichtsausdrücke und andere Haare und halt da ist ein Unterschied da ist es heller da ist es dunkler das ist schon fast schwarz aber es ist ganz dunkles blau so ja die zwei Gohans die hier auf jeden Fall ja achso bevor ich es ergesse das mit Gugu Black Rose das war tatsächlich umgedreht gewesen unten dieses rockartige Ding ich konnte das Gott sei Dank sehr einfach wieder zurückdrehen ich wollte das schon abmachen also ich wollte schon den Oberkörper abmachen aber ihr habt ja gesehen das geht ja habe ich es aber dann doch nicht gemacht weil ich gemerkt habe das kann man ziemlich leicht umdrehen also ja also ja ja ist auch dieser Fall gefixt worden von mir oh man seht ihr also die drei längst die vier sogar ich lege es auch erstmal da hin so ja bis zum nächsten Mal und haut rein tschau tschau